Hallo Leute, wenn ihr nach einer Healthy Snack Alternative sucht, dann kann ich euch auf jeden Fall die Joes Bars von Vida empfehlen. Meine Lieblingsdauer ist Cookie Dough Peanut. Sie haben 14 Gramm Protein, die schmecken dazu auch noch wie eine richtige Süßigkeit. Also, wenn ihr die mal probieren wollt, dann geht unbedingt zur Rewe Edeka Bruder-Müller.